General, wir sind entdeckt. Gut. Wartet! Eis! Das ist eine Wahle! Rückzug! Ich bin nicht so wie andere Männer. Wacht, dass du wegkommst! Die Mächtigen betrachten mich nur als Wüstling. Ungeeignet für höhere Ämter. Doch ich trete in die Fußstapfen von Alexander dem Großen und Caesar. Wenn du runterguckst, wirst du eine Überraschung sehen. Wenn du die gesehen hast, willst du sie für immer behalten. Ich muss sie warnen. Ich führe nicht als ihr bloßer Stellvertreter. Den Sieg wird mir das Feuer bringen. Ich bin zu großem bestimmt. Ich fand die Krone Frankreichs in der Gosse. Und nun setze ich sie auf mein eigenes Haupt. Du willst bedeutend sein. Du bist nichts ohne mich. Sag es. Ich glaube, ich spreche für jeden hier. Wir werden alle viel besser schlafen ohne diese Plage. In welchem Land sind wir hier? In meinem. In meinem. In meinem. Untertitelung des ZDF, 2020